Bisschen lauter? Nicky? Also lauter? Jetzt sind wir mal Fabian zu. Lauder? Oh, was läuft denn jetzt? Warte, ich kenne das Lied nicht richtig auseinander. Genau, Batside Radio. Jetzt passt er wieder zu mir. Von Kronkress. So, jetzt rechten wir hier. Es wird langsam langweilig. Deshalb... Ja, der Sitz zurück. Ich fahre einfach mal... Ah, da ist es. Ich fahre einfach mal drauf. Ich fahre einfach mal drauf. Ich treffe noch etwas. Ich bin eh gleich gespottet. Mal schauen, ob er beinahe auf mich schiesst. Nicht? Sieht mich in keiner. Mal schauen. Mal schauen, jetzt gehe ich dann einfach mal auf. Wahrscheinlich. Was ist das? Ja, Leicht sagt es doch was. Okay, da ist einer. So kommt jetzt auch das T-Ball bis wir die Dalli geben. Genau, da kommt der halt. So, wo wir dran sind. So leichter Traktor da. Gut, der hat's erwischt. Super. Hast du gesehen, was das für Teamarbeit ist jetzt? Ich bin zwar gleich tot. Dafür hat das Team jetzt nicht die Chance, oder? So. Bist du eigentlich noch hier? Ja, da ist die Chance, oder? Das ist die Chance, oder? Ich bin ja im Laden. Ich bin ja im Laden. Ich bin ja im Laden.